Musik Grüß euch, ich bin der David, bin 18 Jahre alt und bin im zweiten Lehrjahr für den Beruf Zimmerer bei der Firma Siemada. Ich bin jeden Tag in der frischen Luft, sehe jeden Tag was Neues und habe eine neue Herausforderung. Und wenn ich nach Hause gehe, sehe ich, was ich den ganzen Tag zusammengebracht habe. Und mir taugt extrem das Arbeiten mit dem Holz, weil das sehe ich, was ich aus dem Rohstoff alles machen kann. Super ist, dass wir jeden zweiten Freitag frei haben. Und wir beim Siemada, aus Zimmerer Lehrlingen, kriegen die gleiche Lehrlingsentschädigung wie die Maurer. Und das ist im Gegensatz zu anderen Lehrberufen gar nicht so wenig. Musik Die besten Eigenschaften für euch als Zimmerer, wenn ihr zu uns kommt, wären schwindelfrei. Da arbeitet wirklich nicht zu fäuse. Und wenn ihr ein gutes Team habt, wollt ihr, dann habt ihr bei uns wirklich richtig gut aufgekoppelt. Wenn euch das auch taugt, dann kommt ihr mal vorbei und schnuppert den Tag mit bei uns. Mit der Anna-Alea beim Siemada, kommst hoch hinaus.